Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Nein. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee bekehrt machen. Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle, neue Befehl? Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie ver... Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuer. Definitiv nein. Kapitulieren niemals! Die 9. Armee ist nach Augenhin bewegungsunfähig. Wenn die Sowjets vor Berlin zurückgeschlagen werden, so wäre das ein großes Beispiel. Nein. Nein, nein. Mein Führer. Mein Führer... ...ist nicht erfolgt. Oh! Dann soll die Armee bekehrt machen, ich glaube! Späli, du wunderschönes Führer! Späli, du wunderschönes Führer! Halt, stopp! Und da ein ausgerechter Himmler! Ja, 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 ja! Späli, du wunderschönes Führer! Späli, du wunderschönes Führer! Oh, Monke. Ich habe heute den Fall Klausowitz ausgegeben. Bring it to me, Fagalite! 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 Fagalite!